Energiegeld für Rentner. Wir antworten in unserem Live-Chat. Viele Fragen suchen Antworten. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seitdem bekannt werden, dass die Energiepreispauschale für Rentner zum 1.12.2022 kommen soll, haben wir für den ersten Überblick ein FAQ gemacht und das auf die Internetseite von Rentenbescheid24.de eingestellt. Das Thema der Energiepreispauschale für Rentner liegt vielen von Ihnen auf der Seele. Sie haben Fragen zum Thema Energiepreispauschale für Rentner, suchen wahrscheinlich im Internet und finden auch nicht immer die passende Antwort. Da wir so viele Anfragen bekommen, dass wir die praktisch gar nicht mehr schriftlich beantworten können und da viele Anfragen auch dabei sind, die sich immer wieder doppeln und gleichen, werde ich im November 2022 ein Live-Chat hierzu auf unserem YouTube-Kanal von Rentenbescheid24.de machen. Termin steht noch nicht ganz fest. Auf diesem Live-Chat oder mit diesem Live-Chat können Sie Ihre Fragen loswerden. Eine Woche vor Beginn dieses Chats werden wir den Termin genau noch bekannt geben. Ich habe wirklich eine kleine Bitte an Sie für den Live-Chat. Da viele Menschen Ihre Fragen beantwortet haben möchten, stellen Sie bitte nur eine Frage zu diesem Thema. Aufgrund des immer mehr bekannt werdenden Umfangs der Regelung ist es mir nicht möglich, in allen Fällen auch immer gleich sofort eine Antwort zu finden. Dann werde ich mich natürlich bemühen, im Nachgang Ihnen dann eine entsprechende Nachricht via Mail zukommen zu lassen und hier eine Antwort auf Ihre Frage, die ich im Chat vielleicht nicht beantworten konnte, dann beantworten werde. Ich freue mich auf den Live-Chat zum Thema Energiegeld für Rentner und natürlich auch auf Ihre Fragen. Näheres zum Thema Energiepreispauschale für Rentner finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Dann stellen Sie sich wieder mehr. Alles zu Michaelações und плaning. H jas revenir ist es umhärzte.